Servus Leute, wenn Karban auf Streetstar ist, dann geht's da meistens zur Sache und in diesem Raid war das der Fall. Viel Loot, viel PvP, schöne Fights und viel mehr gibt's da auch gar nichts zu sagen. Schaut's euch an, ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, Twitch.tv slash Outsider. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment, lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Schaum nach oben, Kommentar unter dem Video und jetzt viel Spaß. Äh, okay. Fabrik-Ideas. Ich müsste mal Skeft-Pistolen, hm? Ah, ich hab noch Zeit für die Weekly. Alles gut. Äh, ich bin fertig, Trump-Paul. Kills auf Wurzeln lieben gut. Ich hab, glaub ich, heute eine Runde mit dreien direkt gehabt. Und dann, boah. Cool. Ich glaube, das war, ähm, Karban. DLSS geht besser. Ja, dann nimmst du DLSS. Alles gut. Alles gut. Ich mein, du brauchst eh bloß FSR oder DLSS, wenn die Grafik hatte, das Bottleneck ist. Wenn die Grafik hatte eh nicht Bottleneck, dann solltest du einfach mit äh, TAA High spielen. Das ist das Beste. Jedes Hammer. Okay. Wir gehen auf jeden Fall rüber zu Karban. Ich bin mir ziemlich sicher, der ist da. Mhm, da geht's noch schab. Sniper seh ich nicht. Auf jeden Fall. Let's go. Sondern bloß ich von da oben rausballern, das wär... Okay, ne, das sind die Tücher, das passt. Die sind auf jeden Fall da. Oh, boy, what? Oh, boy, what? Werde, was schießt hier. Jetzt haben sie einen umgezogen. Oh, boy. Oh, boy. Wo jumpen die denn rum? guck. Oh, boy. Bist. 2 2 2 2 2 5 6 6 7 7 8 10 10 10 11 11 11 11 12 13 15 11 12 12 13 Okay. Hier ist auf jeden Fall noch eine drin. Ich kann hier nicht rausnehmen, das ist das Problem. Ich muss mich erst einmal flicken, glaube ich. Die looten schon. Ich kann hier nicht rausnehmen. Ich kann hier nicht rausnehmen. Ich weiß es auch noch was. Oh, look at him, goddamn pussy. Der ist hier drin. Zwei. Einer ist hier drin. Einer ist hier hinten vielleicht. Ei, ei, ei. Ei, ei. Der war gar nicht mehr so gesprächig, was muss mit dem? Da ist noch einer. Ich glaube am Dach ist ein Ding. Oh. Oh. Das ist ein Ding. Das ist ein Ding. Das ist ein Ding. Das ist ein Ding. Hocken sie hier echt in dem Container drin, ey. Ihr Lappen, Mann. Das ist doch nicht euer Ernst. Das ist ja gleich zwei Hocken, ey. Holy fuck. Das ist ja gleich zwei Hocken. Was hat der? Ne AK545. Na Gott sei Dank. Mit dem Ding hätte ich auch nichts gebacken bekommen. So. Den haben wir hier. Das war der Talker, ne? Der Lapps Janitor. Mit Redebedarf. So, meine Nate. Das ist gut. Habe ich den hier? Ja, war meiner. Habe ihn auch genaded. Oh, der hat die PKV. Der PKM. Hat er für Nades, äh für Max. Oh, die sind guter, ne? Oh, die sind guter, ne? Verschwindet bloß, ey. Oh, die sind guter. Oh, meine Herr. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, my God. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. würde sagen wir gehen was hat er hier drin 80 sehen ob sie schon komplett gelootet haben ich denke schon also wir gehen bevor jetzt hier scafheaven losgeht raus hier auf den hier hinten hatte ich ja auch hier 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 Das war ein ganz guter Fighter, ne? Klimaw Street Collapse Crane, okay. Hier hinten kommt mal rein, ey. Der ist hier hinten reingesprungen. Das ist der verdammte Sniper-Scape. So. Gemma. Reicht. Regenerieren noch, okay. So, Collapse Crane müssen wir. Könnte ja fast stressig werden, da hinzukommen, ey. Ich glaube, der ist durch den Granatwerfer gestorben, der Kollege. Das war's gut. Aber haben wir wieder eine PKM gefunden. Wundervoll. Richtig harter Fight mit Karban. Für die Quest. Der Rest dürfte tot sein, oder? Raus hier. Reicht. Reicht. War doch echt schon reich genug, die Runde, oder? Was sagt ihr? Oh, hallo YouTube im Chat. Keine Ahnung, wie viele Spieler ich da gekillt habe, aber es war auf jeden Fall ein intensiver Fight. Kurz rein? Ja. Macht mal, hallo YouTube. So, wen haben wir? 61... 1, 2, 3, 4, 6 Kills. 6 Kills bei Karban und Karban gelootet und letzten Endes die ganzen Fighter dominiert. Die Zweiergruppen waren sich gegenüber gehockt und, ne? Haben sich genaded und ich habe dann letzten Endes alle 4 gekillt. Oder? Die hier waren das. Das war der andere. Weiß ich, wer das da war? Keine Ahnung. Habe ich noch einen genaded? Ne. Wer war denn das hier? Ah, das war der oben. Okay, okay, okay. Ja. Okay, nice. Machen wir hier den da. Fast. Und Level... 59 wären wir auch. Ne, wären wir nicht. Schade. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.